Hier wird eine ca. 548 Quadratmeter große Bürofläche zermiete angeboten. Sie befindet sich in Dortmund. Das Haus wurde 1983 erbaut. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 8,50 Euro pro Quadratmeter. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Ich habe das hier eine gute Idee. Ich habe die Miete des Objekts und die Miete des Objekts. Die Miete des Objekts und die Miete, die Miete, die Miete, die Miete, die Miete angeboten. Die Miete ist ein Gerät.